Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute möchte ich Ihnen zeigen, was in der neuen Version 20.1 so hinzugekommen ist. Mein Name ist Alexander Kolmogorcev und ich arbeite als Product Owner bei Bluetelligence. Ich werde Ihnen heute die neuen Entwicklungen zeigen in 20.1. Ich werde kurz ansprechen, was in der Version 20.2 hinzukommt und am Ende werde ich Ihnen noch ein paar nachträgliche Informationen mitgeben. Unser User Manual. Wir stecken wirklich sehr viel Liebe und Energie rein in unser Online User Manual. Auch in diesem Release haben wir das User Manual ergänzt mit zahlreichen neuen Informationen und es lohnt sich immer wieder mal reinzuschauen. Vor allem, wenn man Fragen hat, einfach nochmal das User Manual zu öffnen. Das dazu. Gut, ich möchte auch keine Zeit verlieren. Wir haben einiges vor in den nächsten knapp 30 Minuten. Dementsprechend starte ich mal mit den neuen Funktionen im Doku Performer und ich starte mit erstmal allgemeinen Verbesserungen. Da ist der erste Punkt, SAC. Wir bieten in der neuen Version 20.1 erstmal die Komponente SAC an. Es handelt sich hierbei wirklich nur um die erste Beta-Version. Beta vor allem deswegen, weil der Funktionsumfang einfach noch nicht so groß ist. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, sich mit Ihrem SAC-System zu verbinden. Sie können den ersten Objekttypen, den wir unterstützen, nämlich die Storys, auch synchronisieren, können diese anschließend, wie Sie es gewohnt sind, in den anderen Komponenten kommentieren. Sie können sie dokumentieren und auch Szenarien zuweisen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich werde das gleich nochmal in der Live-Demo zeigen, wie es im Tool selbst aussieht. Hier sehen Sie schon mal einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, Sie sehen im Entity-Grid, wie gewohnt, sind die Storys abgebildet, aufgelistet, samt ein paar Informationen. Und das hilft schon mal weiter, um generell schon mal einen ersten Überblick zu erhalten über die Storys und gleichzeitig auch vielleicht erste Informationen sich einzuholen, wie zum Beispiel die Beschreibung, wann es zuletzt geändert wurde, von wem es erstellt wurde und so weiter. Ein Punkt dazu noch, wenn Sie SRC testen möchten, dann ist eine Lizenzerweiterung notwendig. Schreiben Sie uns einfach an und gleichzeitig haben wir auch Early-Bird-Preise, wenn Sie sich dazu entschließen, SRC zu kaufen. Der nächste Punkt ist die Confluence-Integration. Auch hierbei handelt es sich um eine Beta-Version. Sie haben die Möglichkeit, ein Word-File aller Ihrer Objekttypen, die im Doku-Performer unterstützt werden, in Confluence direkt hochladen. Hochgeladen wird das Ganze in einem bestimmten Confluence-Space und einer Parent-Page. Die Sie definiert haben vorab. Und das ist natürlich sehr hilfreich und vor allem auch unser erster Ansatz, den wir gewagt haben, um erstellte Dokumentationen einfach zu organisieren und vor allem auch sinnvoll abzulegen, damit alle Kollegen Zugriff auf Dokumentationen haben, wenn der Bedarf da ist. Genau, das ist auch hier eine erste Version, die wir anbieten. Und ein wichtiger Punkt ist der, dass es für Cloud noch nicht möglich ist. Daran arbeiten wir. Aber ich komme gleich nochmal kurz zu den Verbesserungen zur Roadmap von SRC und Confluence, was wir noch so planen. Ich würde jetzt zunächst einmal gerne in den Doku-Performer gehen und Ihnen zeigen, wie das Ganze aussieht im Tool selbst. Dafür öffne ich den Doku-Performer. Und Sie sehen schon, ich bin bereits in der SRC-Komponente. Das heißt, die SRC-Komponente finden Sie, wenn Sie auf Select System gehen und wir Ihre Lizenz dementsprechend angepasst haben. Dann finden Sie Ihr System hier unter SRC-Systems. Anschließend können Sie in der Administration ein paar Parameter eingeben. Notwendig sind hier vor allem zwei URLs, die Sie in Ihrer SRC finden. Das ist alles hier nochmal ganz genau beschrieben im Doku-Performer, wo in SRC Sie diese URLs finden. Und genau, wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie die Möglichkeit, auf Connect zu klicken, dann auf Next und anschließend müssen Sie sich nochmal hier durchklicken und anschließend sind die verbunden mit Ihrem SRC-System. Das heißt, jetzt können Sie eine Synchronisation wie gewohnt durchführen und sehen dann Ihre SRC-Objekte in Ihrem Entity-Grid. Was ich jetzt gerne machen möchte, ich würde gerne diese Story in Confluence einfach mal dokumentieren. Das heißt, ich möchte beide Funktionen, die ich vorhin angesprochen habe, würde ich gerne einfach jetzt auch mal durchführen. Was ich dafür machen muss, ist erstmal, wie schon vorab gesagt, in Confluence hier in dem administrativen Bereich ein paar Parameter einpflegen. Das heißt, die URL an sich, dann den Space, in dem das Dokument abgelegt werden soll. Ich kann festlegen, ob es eine Parent-Page sein soll oder ob es einfach nur als Root-Page generiert werden soll, mein Username und Passwort. Und wenn die Connection passt, dann kann ich jetzt auch schon die Dokumentation durchführen. Das mache ich jetzt direkt mal. Ich öffne das Kontext-Menü, diese Story. Ich gehe auf Create Documentation und klicke auf Export Doc-File to Confluence. Wie gewohnt öffnet sich dieses Fenster und anschließend, wenn ich hier draufklicke, öffnet sich auch die jeweilige Confluence-Seite. Das heißt, wir sehen jetzt hier, dass der Doku-Performer zunächst einmal unter dem von mir definierten Parent-Page ein paar Seiten angelegt hat. Das heißt, erstmal die SID von dem System und anschließend auch nochmal im Endeffekt die Seite selbst, die Sie dann hier sehen von der Dokumentation. Ein Hinweis hier nochmal, es handelt sich wirklich nur um eine Word-Dokumentation, die hochgeladen wird auf dieser Confluence-Seite. Aber nichtsdestotrotz, durch die Standard-Funktionalitäten von Confluence kann man hier wirklich die einzelnen Punkte auch markieren und auch nach den bestimmten Wörtern suchen. In SHC sehen wir zunächst einmal in der SHC-Dokumentation sehen wir ein paar allgemeine Informationen zu Story. Wir sehen auch gleichzeitig, das ist, denke ich mal, das, was vor allem wertvoll ist in dieser SHC-Komponente. Wir sehen, was die Datengrundlage ist. Das heißt, wir sehen hier zum Beispiel, dass wir ein Model verwenden und dieses Model konsumiert seine Daten aus dieser Query heraus, die wir hier sehen. Und wir sehen auch im Endeffekt den technischen Namen und auch aus welchem System die jeweilige Data Source stammt. Genau, also wenn Sie hier noch mehr Informationen benötigen, wenn Sie auch mal eine SHC-Dokumentation zugesendet bekommen möchten oder wenn Sie es selbst testen möchten, schreiben Sie uns einfach an. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen das auch dann ausliefern können. Okay, der nächste Punkt, ich würde Ihnen gerne nochmal zeigen, wie andere Dokumentationen aussehen, beispielsweise diese Query-Dokumentation, die ich hochgeladen habe in Confluence. Da sehen Sie auch, dass die Kommentare mit eingepflegt werden von der Query. Wir sehen die gesamte Dokumentation hier in Confluence und sehen auch, dass wir im Endeffekt springen können. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, komme ich direkt zu der jeweiligen Kennzahl, die für mich relevant ist. Okay, das zu dem Thema. Ein weiterer Punkt ist noch der, dass ich meine Szenarien ergänzen kann. Das war ein Punkt, den ich vorher nicht erwähnt habe, denn einer der großen Vorteile ist der, dass ich jetzt natürlich mein Datenmodell, das eventuell aus ganz vielen Business Analytics SAP Lösungen besteht, dieses Datenmodell kann ich jetzt ergänzen in Form eines Szenarios. Das heißt, wenn ich mein Szenario öffne, dann sehe ich ja, dass ich hier zum Beispiel mein Datenmodell hier mit dem Multiprovider, all den Part-Provider, mit den Data Sources und den darüberliegenden Queries und Berichten, dass ich das ja alles schon in meinem Szenario zuweisen konnte und anschließend alles dokumentieren konnte, um solch eine ganzheitliche, systemübergreifende Dokumentation zu erstellen. Und was ich jetzt machen kann, ist natürlich im letzten Schritt, ich kann auch die Storys dem Szenario hinzufügen und zu guter Letzt das Szenario dokumentieren. Und dann erhalte ich im Endeffekt auch nochmal solch eine Szenario-Dokumentation, ein Dokument mit den technischen Dokumentationen, all derjenigen Objekte, die ich hinzugefügt habe zu dem Szenario und dementsprechend auch mit der jeweiligen Story. Genau, das noch dazu. Also, wenn Ihnen dieses Thema jetzt komplett fremd ist, wenn Ihnen Szenarien nichts sagen, dann verweise ich gerne an der Stelle nochmal an unsere Webinare, die wir noch auf unserem YouTube-Kanal haben. Dort habe ich auch schon mal ein Webinar durchgeführt, in dem ich die Szenarien erklärt habe. Okay, kommen wir zurück zur Präsentation. Nochmal ganz kurz, was wir so planen in den nächsten Versionen. Also, hier nochmal der Hinweis, es wird nicht alles umgesetzt in der nächsten Version, sondern wir, das ist jetzt das, was so auf unserer Agenda steht, was wir in den zukünftigen Versionen umsetzen möchten. Und da vor allem, dass wir natürlich die SHC-Dokumentation ergänzen, dass wir vielleicht einen Verwendungsnachweis durchführen, damit man schnell herausfinden kann, in welchen Storys bestimmte BW-Objekte verwendet werden, in welchen Modellen. Gleichzeitig auch, dass man die Möglichkeit hat, den Datenfluss, den grafischen Datenfluss, den Sie sich anzeigen lassen können von Ihren BW-Objekten, dass man da die Storys ergänzen kann. Dass man sich die Struktur von Storys anzeigen lassen kann und diese eventuell auch vergleichen kann, systemübergreifend, mit der Analyze-Compare-Funktion und dass wir auch weitere Objekttypen unterstützen, eventuell Users, Groups oder irgendwelche Berechtigungen. Bei der Confluence-Integration planen wir vor allem den Szenario-Support, das heißt, dass die Dokumente der Szenarien sofort in Confluence hochgeladen werden können und wir planen auch, dass das Ganze mit dem Automation-Tool funktioniert, sodass Sie Dokumentation einplanen können und dass ein Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Confluence-Seite sukzessive Tag für Tag upgedatet wird. Und wie gesagt, wenn Sie auch hier Ideen haben, was Ihnen wirklich wichtig ist, welche Informationen Sie in den Dokumentationen benötigen oder welche Funktionen für Sie wichtig sind, vor allem bei SAC, einfach uns schreiben, uns den Hinweis geben, wir freuen uns über jedes Feedback. Gut, ich komme jetzt zum nächsten Thema, nämlich die Where-Use-Analyse in Szenarien. Uns ist es ja wichtig, dass die Informationen, die Sie mithilfe des Doku-Performers bekommen, die meistens auch über den SAP-Standard hinausgehen, dass Sie mit diesen Informationen auch weiterarbeiten können, dass Sie sie irgendwie dokumentieren können. Und der Verwendungsnachweis ist solch eine Funktion, das heißt, mit dem Verwendungsnachweis im Doku-Performer können Sie eine Verwendung von DW- und HANA-Objekten feststellen und teilweise gehen wir viel, viel tiefer, als die SAP das macht. Und die Informationen standen Ihnen bisher nur in Form einer Analysefunktion zur Verfügung. Wir wollten das ändern und dementsprechend haben wir jetzt gesagt, dass wir die Möglichkeit einführen möchten, dass die Ergebnisse der Where-Use-Analyse eines bestimmten Objekts sofort in ein Szenario integriert werden, während man das exportiert. Das heißt, wie sieht das aus? Sie können erst mal am Objekt selbst diese Einstellung treffen. Das heißt, alle Objekte, die unterstützt werden von der Where-Use-Analyse, können sich hier im Endeffekt anklicken. Wenn Sie das gemacht haben und den Export durchführen, dann wird solch eine Tabelle generiert und in dieser Tabelle sehen Sie im Endeffekt wirklich die gesamte Verwendung. Und die Verwendung wird geprüft beispielsweise direkt in anderen Objekten oder im Coding, im Up-Up-Coding oder in Prozessketten etc. oder in anderen BO-Berichten. Auch das ist möglich. Das heißt, Sie können nicht nur den Ist-Zustand, sprich das Sichtbare sofort dokumentieren, was Ihnen eventuell nur einen größeren Aufwand generieren würde, sondern Sie können auch wirklich noch diese Analysefunktion mit integrieren und diese sehr hilfreichen Informationen mit in Ihr Szenario integrieren. Gut, dann würde ich jetzt zu den BW-Verbesserungen kommen. Bei BW haben wir zunächst einmal die Analyse-Compare-Funktion optimiert für Transformationen. Das heißt, hier kann man jetzt die Transformation auch hinsichtlich des Mappings vergleichen. Das Ganze funktioniert auch systemübergreifend. Das heißt, man kann gezielt das Mapping für jedes Feld der Zielstruktur analysieren. Wenn wir uns das mal kurz hier anschauen, dann sehen wir zunächst einmal die Analyse-Compare-Funktion. Sie können hier wie gewohnt einfach Transformationen auswählen oder Sie können auch eine Transformation aus dem Entity-Grid heraus per Rechtsklick und Analyse-Compare analysieren. Und dann sehen Sie im Endeffekt nochmal die speziellen Regeltypen wie Feldroutinen, Formeln, Stammdaten und DSO-Reads. All das wird detailliert auf einen Blick bereitgestellt. Und durch die Funktionen, die Sie auch schon kennen, sprich durch das Highlighten von Unterschieden oder Gemeinsamkeiten und das parallele Scrolling, können Sie sehr schnell feststellen, ob es eventuell in den Transformationen irgendwelche Unterschiede gibt, beispielsweise im Produktiv- und im Entwicklungssystem. Die Funktion wurde auch erweitert, was die ABAP-CDS-Objekte angeht. Das heißt, jetzt ist es möglich, den Aufbau mehrerer ABAP-CDS-Objekte zu analysieren und gleichzeitig auch systemübergreifend zu vergleichen. Das heißt, man kann sich einen strukturierten Überblick hinsichtlich der Definition der CDS-Views ausgeben lassen. Das Ganze sieht dann so aus und der große Vorteil ist der, dass Sie nicht das gesamte Coding erstmal in SAP lesen müssen, sondern dass das alles hier in so einer schönen Tree-View aufgelistet wird und auch hier können Sie sofort feststellen, ob irgendwie sich die Felder unterscheiden in bestimmten Einstellungen oder Benahmungen. Dann ein weiterer Punkt. Wir haben die Funktion Compare Entities of two Systems verbessert. Einerseits haben wir die UI verbessert. Werden Sie gleich nochmal sehen. Ist das alles benutzerfreundlicher geworden? Und gleichzeitig unterstützen wir jetzt auch mehrere Objekttypen. Die Objekttypen sind hier aufgelistet. Die Funktion ist dann hilfreich, wenn Sie eine Bestandsaufnahme vornehmen möchten. Wenn Sie feststellen möchten, welche Objekte eines bestimmten Objekttypens kommen nur in einem System, in einem bestimmten System A vor, im Vergleich System B und welche Objekte kommen in beiden Systemen vor. Das heißt, diesen Überblick können Sie sich verschaffen und gleichzeitig können Sie sich auch noch Unterschiede hervorheben und genau feststellen, ob es eventuell beispielsweise irgendwelche Queries gibt, die zwar den gleichen technischen Namen haben, aber eine unterschiedliche UID. Und diesen Überblick können Sie sich jetzt relativ einfach verschaffen, auch mit mehreren Objekttypen und das Ganze auch in einer schöneren UI. Gleichzeitig können Sie auch das Ganze exportieren, wenn Sie das nochmal dokumentieren möchten über diesen Export-Button. Gut, dann der ABAP-Scan. Für diejenigen, die den ABAP-Scan nicht kennen, es ist eine hilfreiche Funktion und Sie können mit dem ABAP-Scan in Transformationen scannen und einfach sich nochmal anschauen, wie das Coding in den Transformationen gibt, ob es eventuell irgendwelche Look-Ups gibt, ob es irgendwelche Calls und Includes, Function-Modules oder Methoden gibt und teilweise werden auch die ABAP-Unterprogramme gescannt. Genau, eine sehr hilfreiche Funktion, die jetzt um bis zu 85% schneller funktioniert, das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie einen sehr komplexen Datenfluss haben und die Funktionen werden jetzt viel, viel schneller durchgeführt und das ist schon ein erheblicher Vorteil. Wir haben viele weitere Verbesserungen, beispielsweise haben wir die Icons ausgetauscht von Ihren BW-Objekten, das heißt, wenn Sie jetzt die Version 20.1 installiert haben, dann nicht wundern, das sieht alles jetzt ein bisschen anders aus, wir nutzen jetzt die Icons von Eclipse, da muss man sich vielleicht kurz dran gewöhnen, aber alles in allem sehen Sie schon etwas moderner aus. Wir haben neue Spalten hinzugefügt ins Entity-Grid, Created-By und Package kann man sich jetzt für Objekte anzeigen lassen, neue Spalten haben wir auch hinzugefügt bei der Funktion Entities with Identical Tag Name. Hier kann man sich jetzt den System und die User anzeigen lassen, der jeweiligen Objekte. Es ist jetzt möglich, die Transformation einem Layer zuzuweisen, das heißt, früher konnte man im Datenfluss nur die Objekte selbst einem Layer zuweisen, jetzt durch einen einfachen Klick besteht die Möglichkeit, die Transformation jeweils dem Zielprovider zuzuweisen, dem Layer des jeweiligen Zielprovider. Wir zeigen an, wenn ein DP-Skript irgendwo verwendet wird im Datenfluss, dann machen wir das nochmal kenntlich und zu guter Letzt funktioniert die Where-Use-Analyse jetzt auch für Prozessketten. Ich würde gerne auf all diese Funktionen eingehen, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit und deswegen empfehle ich Ihnen hier nochmal, dass Sie einfach ins User-Manual gehen und dort finden Sie nochmal eine schöne Auflistung von allen Funktionen und auch nochmal mit schönen Beispielen, was es so Neues gibt. Genau, ich würde jetzt gerne nochmal auf Translations zu sprechen kommen. Für diejenigen, die Translations nicht kennen, Translations bietet die Möglichkeit, BW-Objektbeschreibung im Doku-Performer sich mehrsprachig anzeigen zu lassen und anschließend zu übersetzen und ins SAP-System zu schreiben. Dieses Tool haben wir jetzt verbessert. Zunächst einmal besteht die Möglichkeit, Objekte aus dem Entity-Grid heraus sofort in Translations anzeigen zu lassen. Das heißt, ich kann zunächst einmal die zahlreichen Filtermöglichkeiten nutzen, die mir das Entity-Grid so bietet, kann die Objekte mir raussuchen, die für mich relevant sind und kann anschließend per Rechtsklick Open in Translations klicken und anschließend werden die Objekte samt ihrer Beschreibung angezeigt und ich kann sie anpassen. Ein weiterer Punkt ist der, dass die Möglichkeit besteht, ich kann die Beschreibung der Objekte sofort in das Wörterbuch importieren. Das heißt, Translations bietet ein Wörterbuch an und dieses Wörterbuch konnte man vorher manuell füllen. Gleichzeitig wurden auch bereits übersetzte Beschreibungen sofort integriert in das Wörterbuch. Was man jetzt machen kann, ist, man kann Objekte, die für eine Relevanz sind, in Translations öffnen, samt der Beschreibung, kann hier auf Integrate into Dictionary klicken und die gesamten Beschreibungen werden anschließend in das Wörterbuch übernommen. Zu guter Letzt kann ich das Wörterbuch exportieren, kann noch die fehlenden Beschreibungen, beispielsweise die spanischen Beschreibungen hinzufügen, kann die Excel wieder importieren und der große Vorteil von Translations ist der, wenn ich die Objekte mir nochmal anzeigen lasse in Translations, dann werden mir Vorschläge angeboten, basierend auf dem Wörterbuch. Und beispielsweise wird mir dann alle spanischen Beschreibungen sofort angeboten und ich könnte auf Apply all Proposals klicken und dann werden alle Beschreibungen sofort gepflegt. Also Sie sehen, das ist ein sehr schneller Weg, wenn man seine Systeme mehrsprachig pflegt, wenn man eventuell ein System etwas stiefmütterlich behandelt hat, was die Beschreibung angeht, dann bietet Translations die Möglichkeit, das nochmal nachzuholen. Wer Translations nicht kennt, auch hier haben wir zahlreiche Webinare in YouTube. Gut, ich komme jetzt zu den BO-Verbesserungen. Bei BO haben wir vor allem eine Where-Use-Analyse hinzugefügt. Sie können Ihr BO-System nach einem bestimmten Schlüsselwort, einer bestimmten Komponente oder einem bestimmten BW-Objekt komplett durchsuchen. Wir durchsuchen auch das Coding in Ihren Events. Das heißt, wir zeigen an, in welchem Designstudio, beziehungsweise Lumira-Berichten eine Verwendung stattfindet. Das ist eine sehr hilfreiche Impact-Analyse, vor allem dann, wenn Sie herausfinden möchten, in welchen Berichten bestimmte Komponenten verwendet werden oder noch kritischer, wenn Sie beispielsweise ein BW-Objekt ändern möchten, aber gleichzeitig noch vorher wissen möchten, in welchen BO-Berichten dieses Objekt verwendet wird oder vielleicht auch wo im Coding, im Event darauf referenziert wird. Ich werde Ihnen das gleich nochmal zeigen in einer Live-Demo. Zunächst einmal zum nächsten Punkt. Wir bieten jetzt auch die Möglichkeit, die Properties, die Eigenschaften von Komponenten sofort im Doku-Performat zu öffnen. Das ist dann ein Riesenvorteil, wenn Sie einfach schnell und einfach sich die Eigenschaften anzeigen lassen möchten, ohne in den Lumira-Designer springen zu müssen oder wenn Sie sich das Ganze dokumentieren möchten. Und zu guter Letzt haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, die Funktion, auf die ich vorhin eingegangen bin, Compare Entities of Two Systems, diese Funktion können Sie jetzt auch durchführen für Ihre BO-Systeme. Das heißt, Sie können sich zwei BO-Systeme auswählen und können anschließend sagen, bitte zeige mir, welche Lumira-Berichte nur in System A, nur in System B und welche Lumira-Berichte in beiden Systemen vorkommen. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an. Dafür springe ich wieder in den Doku-Performer und ich bin schon mit dem BO-System verbunden und kann jetzt die erste Funktion öffnen, beispielsweise bin ich jetzt hier im Build-Up drin. Ich verbinde mich kurz mit dem BO-System und kann jetzt, wie gesagt, einfach über einen Rechtsklick, das heißt, ich habe mir jetzt erstmal den Aufbau anzeigen lassen, das Ganze funktioniert über einen Rechtsklick, Analyze, Compare, habe den Aufbau eines BO-Berichts und kann mir jetzt den Aufbau anzeigen lassen unter Show Properties von dieser Komponente. Das Ganze kann man dann einfach durch Next, kann man sich durch die einzelnen Komponenten durchklicken, man kann sich das Coding vielleicht nochmal anschauen und das Ganze lässt sich, wie gesagt, nochmal exportieren in Excel. Die nächste Funktion, auf die ich eingegangen bin, war die Compare-Funktion. Ich kann, ähnlich wie in BW, mir jetzt hier ein Vergleichssystem auswählen, ein Vergleichs-BO-System auswählen. Ich kann mir BO-Objekttypen auswählen, die für mich relevant sind, kann dann die Analyse starten und sehe dann, wie gesagt, die Objekte, die nur in System A vorkommen, in System B und dann in beiden Systemen vorkommen. Und durch die bedingte Formatierung kann ich mir auch nochmal highlighten, inwiefern es eventuell irgendwelche Unterschiede gibt, wie hier zum Beispiel, dieses Design-Studio-Objekt wurde zuletzt geändert von einem unterschiedlichen User. Das Ganze lässt sich auch exportieren. Die letzte Funktion ist hier die Use-Analyse. Das ist das, was ich erwähnt habe. Sie können nach einem bestimmten Stichwort suchen. Aktuell ist es nur für Lumira und Design-Studio möglich und anschließend wird die Verwendung angezeigt. Das heißt, dieses Stichwort wird als Data-Source beispielsweise verwendet. Gleichzeitig nutzen wir zum Beispiel in diesen Graphomate-Extensions, nutzen wir diesen HANA-Composite-Provider und hier sehen wir sogar, dass im Coding dieses Stichwort vorkommt in einer bestimmten Komponente. Das kann ich mir dann auch ausgeben lassen und das wird dann hier nochmal angezeigt. Genau, ich kann auch nach einer bestimmten Komponente suchen. Kann auch einen Multiline-Filter verwenden, wenn ich mehrere Stichwörter habe und dann wird mir auf einen Blick angezeigt, wo eine Verwendung in welchen Berichtungen stattfindet. Hier zum Beispiel in AK-Test 1, Custom-Components etc. Genau, ein weiterer Hinweis ist der, wenn Sie die BO-Komponente lizenziert haben und auch Lumira und diese Funktion ausprobieren möchten, dann müssen Sie vorher eine Synchronisation durchführen und dieses Häkchen setzen, denn es handelt sich hierbei um eine Offline-Funktion. Wir speichern bei dieser Synchronisation all die Informationen, die wir benötigen, in unserer Datenbank ab und rufen sie dann hier ab. Gut, das zum Thema BO. Ich komme jetzt zur letzten Komponente. Es gibt noch HANA-Verbesserungen. Beispielsweise ist der Verwendungsnachweis für Ihre HANA-Objekte jetzt auch gleichzeitig für mehrere Objekte möglich. Das heißt, Sie können einfach Ihre Objekte auswählen, die für Sie relevant sind, deren Verwendung Sie testen möchten und auch identifizieren wollen. Auch beispielsweise die Verwendung in bestimmten HANA-Composite-Providern. Und das geht jetzt alles auf einen Schlag. Das heißt, Sie müssen nicht Objekt für Objekt zunächst einmal feststellen, wo eine Verwendung stattfindet, sondern Sie können sofort viele Objekte auswählen und eine Massenanalyse durchführen. Das sieht man hier. Ich habe mehrere Objekte ausgewählt, mehrere Calculation-Views und sehe dann hier die Verwendung, auch wie wir sehen, in den HANA-Composite-Providern. Das heißt, wir schlagen hier auch die Brücke zu Ihrem BW-System. Die letzte Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Data Flow Settings. Hier besteht die Möglichkeit, bei Ihren HANA-Objekten, beispielsweise bei Ihrem Calculation-View im Szenario, den Datenfluss zu aktivieren. Das heißt, zur Laufzeit wird dann ein Datenfluss generiert, so ein grafischer Datenfluss und auch integriert in Ihre Szenario-Dokumentation. Das war vorher für BW möglich. Das ist jetzt auch möglich für HANA. Ein Riesenvorteil dann, wenn Sie den grafischen Datenfluss dokumentieren möchten und wenn Sie jedes Mal, wenn Sie die Dokumentation erstellen, auch eine geupdatete Version Ihres grafischen Datenflusses auch nochmal sehen. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, weil die Dokumentation immer den aktuellen Ist-Zustand abbildet. Gut, ich bin jetzt durch mit den Funktionen. Ich würde Ihnen gerne nochmal kurz zeigen, was Sie so erwartet in der Version 20.2. Zunächst einmal planen wir die Verbesserung von der Confluence-Integration und von SAC. Das war das, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Gleichzeitig wollen wir weitere Funktionen schaffen, die eine Brücke schlagen zu Ihren verschiedenen SAP-Lösungen. Hier vor allem, was HANA und BW angeht. Denn genau das, das hören wir öfters von unseren Kunden, das sind Informationen, die wirklich sehr, sehr schwer zu finden sind mit Standard-SAP-Funktionalitäten. Und das möchten wir Ihnen dann auch erleichtern, dass diese Verflechtungen, dass die wirklich nochmal dokumentiert werden können und auch identifiziert und einfach darstellbar sind. Und wir möchten die Szenarien exportierbar machen, aber nicht als Dokument, sondern in einem sogenannten RAW-Format. Das heißt, dass Szenarien, die vorher erstellt wurden, als RAW-Format exportiert werden können und eventuell dann wieder in den Doku-Performer integriert werden können, sodass Szenarien nicht nachgebaut werden müssen, beispielsweise. Vor allem dann hilfreich, wenn Sie den Doku-Performer testen, eine SQLite verwendet haben und dann anschließend einen SQL-Server verwenden und die Szenarien wieder nutzen möchten, dann besteht hier die Möglichkeit, die Szenarien von einer Datenbank zur nächsten zu transportieren. Ein letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass wir auch eine kleine Umstrukturierung planen, was die Produkte angeht. Da werden Sie auch nochmal bald informiert. Das wird dann vor allem im Doku-Performer sichtbar sein, aber da kriegen Sie in den nächsten Wochen weitere Informationen, wie das genau aussieht. Nochmal ganz kurz, ich würde nochmal ins User-Manuel springen. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Hier haben Sie nochmal einen schönen Überblick von allen Funktionen, die neu hinzugekommen sind. Auf der rechten Seite finden Sie all die neuen Funktionen samt Link. Da können Sie sich nochmal einen Überblick verschaffen, wie das alles aussieht. Das ist alles hier aufgezählt. Sie finden auch nochmal ein paar schöne Dokumente, die Sie weiterleiten können an Ihre Kollegen, wenn der Bedarf da ist und eine komplette Auflistung aller neuen Funktionen finden in unserer Version-History online. Wenn Sie Funktionen gesehen haben oder Produkte, beispielsweise Translations, dann können Sie das alles selbst ausprobieren. Das heißt, zunächst einmal können Sie sich einfach gerne bei uns melden. Wir können eine Web-Session vereinbaren, in der wir nochmal individuell auf Ihre Anforderungen eingehen. Sie können das Ganze 60 Tage lang testen. Normalerweise präsentieren wir diese Produkte und diese Funktionen gerne vor Ort. Aufgrund der aktuellen Lage ist dies natürlich nicht möglich, aber wir sind wirklich sehr flexibel, was die Web-Sessions angeht. Kontaktieren Sie uns einfach und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir Ihnen dann nochmal all das zeigen können in Form einer individuellen Web-Session. Gut, ich bin dann durch soweit. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020